Ich begrüße die rechtsherzig zur ersten Live-Aufführung von MrUnawareHigobackstormthrough.com Zockt Hearthstone, eher gesagt Heroes of Warcraft Saison ist quasi, diese Saison ist quasi zum Ende, relativ, noch 20 Minuten Wollen wir nochmal schauen, vielleicht geht nochmal ein kleines Level mehr Bin im Moment, soweit ich weiß auch 15 Nicht berauschend, aber naja, ich habe auch nicht großartige Boosterpacks gekauft Hab mehr durch die Solo-Kampagne und natürlich nicht alle sonstigen, dass es so viele kostenlose Boosterpacks gibt Also kein Geld reingesteckt Soweit Habe schon ein paar ganz nette Decks Aber immer noch so ein bisschen Problem dann gegen... Reksa vs. Ustah Stärkt gepushte Decks zu kämpfen Wobei ich mich wunderbar um die Obdgebung nicht spielen müssen Naja, gut schauen wir mal Sieht so aus wie ein guter Pick Können wir so lassen Gegen Paladin, hier gegen Paladin Prognose, ich hau den jetzt mal weg Bei Web Spinner Keltusat ist auch schon auf der Hand Das sieht doch schon mal ganz schick aus Das sieht doch schon mal ganz schick aus Mach Warper Das geht mir gut Vielleicht mal unter den Ikra Okay, nix End Das geht mir gut Das geht mir gut Das geht mir gut Das geht mir gut Weg pushen Misha finde ich immer ganz gute Willkürlichen Beast Taunt 4-4 Für 3 Kosten Nicht schlecht Dann krieg ich noch Taunt dazu Spott Naja Naja Wieso Das wird jetzt doch nicht sein Aber gut Dann ist die wohl so Ich gehe mal kurz weg Wie ist das? Das weiß auch nicht schon Ultimo So Klick ich daneben oder was ist hier los? Scheiße man So Schon spät in der Nacht Kann man sich mal verklicken Ja, wie gesagt Das sind die erste Aufführung Später werden natürlich dann noch Wenn äh Live Shats kommen Oder sonst was Jeder nimmt die Zeit für's Oder sonst was Nachher Ähm Was geht denn mit denen Ich freu mich gerade so ein bisschen Schauen wir mal Okay Wahrscheinlich Kommt der Passiert jetzt irgendwas wenn ich angreife Habe ich ja ein Secret Schaus gespielt Welch Ein Wunder Nein Nichts weggegangen als bisher Meine Frau schüttelt in den Kopf Als ob ich laut rede Ich bin ganz leise Naja Die verstehe ich nicht Macht ja nix Magic Detected Magic Detected Ja Tja Was nu Das ist ja blöd Ich dachte Ich dachte Ich dachte Ich dachte Ich dachte Das ist ja blöd Das ist ja blöd Aber gut Gefällt mir Ganz gut Dass er das gemacht hat Ich spiel noch mal Webspinner raus Kloppen Das Säckchen da weg Das ist ja schade Und dann Und dann Im nächsten Runde ist der Komiker da auch weg Er weiß es nur noch nicht Müsste ja schon beide Minions hier wegkloppen Give me a quest Ah Literary Hat nichts anderes zu tun Hm Hm So viel also Kolika Zack Zoll beim anderen So, hat er auch einen Fury? Nee Gut Gucken wir mal Vielleicht überlebe ich es ja Sieht eher schlecht aus Ah Nervig Wir leidigen erst mal Das ist echt wie ein sch... Wie ein steck was er da hat Ey Bis jetzt ne Hicke Pussy Deck Vergesagt ist das Vergesagt ist das Naja Naja Wir haben jetzt halt geholfen Noch mal Priester Einfach nur mal zu schauen Was jetzt noch geht Oh Gott war das ein Scheiß Deck Kates Kates One plus one Every card you played Wuh 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 Pfff Alter Ack Donut Wind theory Das ist auch etwas Das wir Leute Nichts drauf haben Ne Anduin Naja Verses Anduin Das ist seine Spiel Das ist seine Spiel Das Schöne an der App ist ja Wenn man den Ton ausschaltet Ein bisschen an dem Spiel Man kann den Ton ausschalten Müsste ich auch noch gleich machen Weil mir geht das eigentlich Tiro und Piss Scheiß Pic Eh mal den guten Pic Verkacke Seinen Scheiß Pic Verkacke auch Ist jemand Injured Das heißt Will ich irgendwie Rollen In der Priester Schlimm Das mit Klicken Klappt auch nicht schon Ja Schlimm 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 Was macht er da? Kann er nicht mehr spielen Ist das so schwer? Ist das so schwer? Game boost to attack Ich glaube ich doch Ich glaube ich Schlimm 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 Nein! Wer kriegt 3 Dings, warum leckt mich im Arsch? Piss, necke. Ich gehe kappen. Hm, Night One habe ich gerade bekommen. Sollte ich vielleicht im Deck aufnehmen? Dann weiß er es nicht. Naja, heute war ich im Gott still weg. Ja. Bis gleich. So. Ja, habe ich schon erzählt, dass ich einen Scheiß-Pick hatte. Foletto, was ist das für ein Name? RPCL? Wie cool kennt ihr er. Foletto. Regretto. Relatio. Was soll das heißen? Und was ist das hier mit meinem Deck aus? Ich gehe nur in Scheiße. Aber wie interessiert denn das? Nervt mich das ab. Bisschen nervt mich das hier echt ab hier gerade. Was macht der jetzt? Uuuuuhhhhhh. Uuuuhhhhhh. Okay. Scheißen kann doch so kacke aber hier. Und der haut ihr die alten Kack-Prausen aus, ey. Ahhhh. Gott kriege ich die Kratzer. Ich gehe das hier auf. Ah ja, ja. Ich gehe das hier auf. Ah ja, ja. Mann ey. Was ist das hier für ein Scheiß-Dreck-Spiel? Blizzard-Wichser, ey. Meine Fresse. Naja. Let the pain speak to me. Boah. Der Drehat noch warnt. 14, 20. Naja. 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 Endlich kriege ich Karten. Yes. Sir. Mann, ich sag da schon ein Törtel-Wichs-Spiel-Wichs-Arsch. Boah. Was überlegte. Auf Weihnachten und so weiter. Nein. Wir haben gleich erst sechs. Ach. Himmel. Kann ja nicht so schwer sein. orry das сюда rein. Ich muss Gentes attack that minion with taunt! Hey! Oh meslutzt! Hö R IV! KILL! Ja. Na, dir das ist alles offen. Oh no! Hey! Gib mir das! Ja. Tja, 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 Tja. Ich glaube ich da erst mal weg. Spielt noch ein paar mehr aus, wenn es Weihnachten bei dir. Pissenecke. Regretto, Filatio, wie auch immer du heißt. Und der braucht so lange. Was für kacke Eierbräu ist. Ich habe nur Kack-Dreck-Garten hier. Ich denke, ich mache mir das scheiße. Ich habe nur Kack-Spiel. Ich habe nur Kack-Spiel. Ich habe nur Kack-Spiel. das ist ja das wird wenn trecks picke dann braucht der penner da noch so lange meine frisse naja nicht dass mich aufreden würde hier gleich schön noch ein stall gut nach dem kühn ins bett kack auf dieses scheiße das ist schon mal hier Penisless Paladin Hier nur Bullshit, viermal Bullshit Bullshit, Bullshit, Bullshit Und jetzt kriege ich? Hä? Komm, nochmal Bullshit Bullshit, Bullshit Okay, Bullshit Wollen die mich verarschen oder was? Wegen Wahrscheinlichkeiten und sowas Alles Dreckswichse ist das doch Mach hinne 10 los Is someone injured? Hm Was überliegt da? So many options Fünf options, ey, der Wächst, wenn du diesen Kack-Ding dazu gehst Wenn du deinen Verständnis wächst Gratuliere Gute 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 Ja! Ich frage mich... Boah, ey, da was am ließ.